Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Grüne bieten tausendfach alles unter einem Dach. Und was wird besser in dieser? Ja, von diesem Werbeslogan bis zur Pleite hatte der Kaufhof noch gute 50 Jahre. Maaßen kandidiert für Thüringens CDU, ein Landrat dort wechselt zur AfD. Der Berliner Czaja kritisiert den riskanten Rechtskurs in der Berliner CDU. Ist die CDU derzeit die gefährlichste Organisation Deutschlands oder die gefährdetste? Adenauer skrupelte herzlich wenig, wenn er verdiente Nazis recycelte. Die FDP lief im Wackelzug hinter ihrem angeberischen Ritterkreuzträger Erich Mende her. Diese Sturzverliebtheit vieler in die Merkel-Union heute erinnert an die heftige Romanze mit den vorübergehenden Sozialliberalen in den 70ern. Aber jetzt geht es wieder nach rechts, wenn rechts von uns nur noch die Wand sein soll. Wie Franz Josef Strauß sagte gegen die NPD, dann muss das so sein. Schön wird das nicht. Endlich eine Festnahme im Fall der NSU 2.0-Briefe. Hessens Innenminister Beuth klingt erleichtert. Polizisten seien nicht verwickelt. Ein Grund aufzuatmen? Also erstmal freuen wir uns, dass es nicht Boris Palmer war, der die Briefe geschrieben hat. Nein, Minister Beuth tarnt die eigentliche Katastrophe in einem Nebensatz. Künftig wolle man mit Kennwort und legitimierendem Rückruf Auskünfte absichern. Das heißt, bisher war das nicht so. Der Täter konnte einfach mal eben auf der Wache durchklingen. Ey, Tag Kollege. Und dann bekam er die sensibelsten Daten aus dem Polizeirechner vorgelesen. Jede Frittenbestellung bei Lieferando ist besser gesichert. Das BKA streut noch so ein bisschen Einwohnermeldeamt, Darknet, als Verdachtsmomente drumherum und bittet um Geduld. So, bald verhungern unsere Rechtsterroristen in der Warteschleife bei der Polizei. Service-Wüste Deutschland. Im Internet kursiert ein Foto von AfD-Urgestein Alexander Gauland mit dem neuen Buch von Sarah Wagenknecht vor sich. Kommt da zusammen, was zusammen gehört? Gauknecht und Wagenknecht haben diesen Trick schon 2018 Mal gespielt. Sie stänkerte gegen die Unteilbar-Demo und er diagnostizierte daraufhin bei ihr eine mutige Stimme der Vernunft. Ich habe vor fast 20 Jahren Glotz und Geißler produziert. Im Juni machen wir eine neue Folge Gysi und Schmidt und nein, mehr Gauwagen werden wir nicht produzieren. Die Rente ab 67 führt dazu, dass immer mehr Menschen sie gar nicht mehr erleben. Das ergab die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei. Was läuft da schief? Das Timing. Die Hälfte der Wähler und Wählerinnen ist 54 oder älter und die werden sich total freuen, wenn es jetzt im Wahlkampf noch eine Rentendebatte gibt. Bundesbank, Wirtschaftsinstitute und Friedrich Merz fabulieren schon von der Rente mit 69, mit 70 oder gleich. Bevor wir ganz aussterben, arbeiten wir bis zum Sarg. Das Türkische ist, wer die gesetzliche Rente retten will, muss das Gleiche fordern, nur mit irgendeiner anderen Begründung. Immer weniger Junge zahlen für immer mehr Alte. Und wenn man jetzt die Logik von diesem Klimaurteil vorige Woche drauf tut, dann könnten die Jungen auch hier, die Alten, verklagen, länger zu arbeiten. Mit guter Aussicht auf Erfolg. Erleichterungen für vollständig Geimpfte und Genesene, die Inzidenzen sinken, vielerorts fallen Beschränkungen weg. Worauf freuen Sie sich nun am meisten? Klamotten kaufen. Ich habe die letzte Jeans durch, manche Anzüge sind fadenscheinig, Leibwäsche, Sie wollen es nicht wissen, hat komplett den Faden verloren. Ich bin halt überzeugt, bei so Online-Shopping immer wie ein verkleideter Korkenzieher auszusehen und dann eine riesen Papphalde. Sorge macht mir an den Lockerungen berufsbedingt, dass dann dieses branchentypische, übergriffige Bussi-Bussi wieder losgeht. Gelbe Mehlwürmer gelten nach EU-Beschluss jetzt als Lebensmittel. Na, Appetit. Ich könnte versuchen, mich von Erdnussflips menschheitsgeschichtlich behutsam rückwärts zu therapieren. Und was machen die Borussen? Mich schützt so. Es gibt kein Pokalfinale ohne Publikum. Außer natürlich sie gewinnen. Mir합니다. OK. Vielen Dank.